Du hast dein eigenes Produkt und das, was du machst, kannst du einem breiteren Publikum zeigen, als du es so schwörst. Der Bekanntheitsgrad steigt. Ich glaube, die Schweizerinnen und Schweizer interessieren sich viel besser als das, weil es ein Preis ist, der aus der Branche kommt für die Branche. Also ist es auch authentisch und echt.